Herzlich Willkommen zu einem neuen Unboxing Video hier bei Abenteuer Brettspiele. Diesmal mit einem weiteren Produkt von Disney Lorcan. Dann nehme ich den Starter Deck Smaragd Stahl aus dem neuen Disney Lorcaner Set Himmelsleuchten. Wir schauen einfach mal rein, was hier für Karten drin sind. Man sieht schon hier grundsätzlich was in der Box drin ist. Das ist ein Press Sample, das heißt hier wird kein Booster, zusätzlicher Booster drin sein. Den habt ihr aber normalerweise noch drin, um schon ein paar Karten auszupacken und dieses Starter Deck gegebenenfalls mit ein, zwei Karten schon mal zu verbessern. Ja, wir schauen uns aber vor allem natürlich an, welche 60 Karten hier in dem neuen Starter Deck drin sind. So, dann schauen wir mal rein in das Starter Deck von Himmelsleuchten. Das macht Stahl. Zwei Farbe, die ich sehr mag, vor allem Stahl. Auf jeden Fall auch eine Farbe, die ich sehr mag. Dann legen wir los mit der Face Card sozusagen, mit der Vollcard, wo man schon genau hinschauen muss, dass sie voll ist. Ist auch nicht so der beste Effekt. Also da bei Voll bin ich immer noch ein bisschen kritisch bei Disney Lorcaner. Aber die Karte Cronk, Sicherheitschef. Eine 7 Tinte, 6er Kreatur mit einem Legendenpunkt nur. Allerdings gestaltet man der 5, das heißt man kann sich auf einen anderen Cronk-Charakter spielen, der 5 oder weniger Tinte, also quasi der schon da ist, dann braucht man nur 5 Tinte bezahlen, statt 7 hier. Was natürlich nicht schlecht ist, weil man kann diesen Cronk eben nicht abwerfen als Tinte. Kann ihn nur ausspielen. Und die Fähigkeit stehst du auf der Liste. Jedes Mal, wenn dieser Charakter in deinem Zug durch eine Herausforderung einen anderen Charakter verband, darfst du einen Charakter, der 5 oder weniger kostet, kostenlos ausspielen. Also hier mit dem möchte man ja keine Legendenpunkte sammeln, sondern quasi Akrogen und andere Charaktere verbanden, was mit einer 6,6er natürlich durchaus möglich ist. Und dann darf man sogar kostenlos einen Charakter, der 5 oder weniger kostet, ausspielen. Das wird 1, vielleicht 2 mal funktionieren und dann ist das schon nicht schlecht. Eine weitere Vollkarte hier, Scar. Ist auch auf der Boxcover drauf. Sieht schon ein bisschen besser aus vom Volleffekt. Ist der rachsüchtige Löwe für 4 Tinte, eine 4,2er. Hat einen Legendenpunkt und die Fähigkeit behütet. Gegner schon Mitspielende können diesen Charakter nicht auswählen, außer um ihn sehr auszufordern. Und die Welt ist ungerecht. Nicht wahr? Eine Fähigkeit jedes Mal, wenn dein Charakter, wenn einer deiner Charaktere einen beschädigten Charakter herausfordert, darfst du eine Karte ziehen. Ist natürlich schön. Funktioniert mit Kronkh natürlich ganz gut zusammen. Das heißt, der will ja auf jeden Fall andere Charaktere verbannen. Am besten noch Charaktere, die schon angeschlagen sind, weil dann zieht man auch eine Karte durch Scar. Muss natürlich beide draußen haben, aber ja. Dann haben wir Robin Hood, der rechtzeitige Teilnehmer für 9 Tinte, die man auch nicht als Tinte abwerfen kann. Das ist natürlich hart. 6 Sechser mit 4 Legendenpunkte. Ich bin dran. Für jeden Schaden auf Gegnercharakteren zahlst du eine Tinte weniger, um diesen Charakter ausspielen. Also auch hier wieder jemand, den man später haben möchte, wenn schon Schaden angerichtet wurde. Man merkt ja schon, das Thema dieses Sets ist, Charaktere sicherlich nicht nur zu verbannen, sondern vor allem erstmal Schaden zuzufügen. Denn durch Scar zieht man eine Karte. Robin Hood kann man günstiger ausspielen, wenn die gegnerische Charaktere Schaden haben. Sehr schön. Dann haben wir Shenzi, die Light Hyäne. Gott, für 5 Tinte, eine 3 Sechser mit 2 Fähigkeiten und einen Legendenpunkt. Warum bleibt ihr hier nicht zum Essen? Dieser Charakter hat plus 1 Stärke für jede weitere Hyäne. Jedes Mal, wenn einer deiner Hyänen einen beschädigten Charakter herausfordert, sammelst du 2 Legenden. Also auch hier wieder beschädigten Charakter. Also wir müssen irgendwas noch um Deck haben, hoffentlich, was erstmal Charaktere beschädigt. Was bei Stahl glaube ich ganz gut ist, denn da gibt es ja Fähigkeiten, die allen Charakteren einen Schaden zu fügen. Das klingt ja immer nicht so viel, aber wenn du dann Karten hast, die halt einen Boni bringen, wenn gegnerische Charaktere beschädigt sind. Sehr schön. Dann haben wir Isma ungerecht behandelt in Stahl, eine 1,4er für 4 Tinte und 2 Legendenpunkte. Und ich warne dich, jedes Mal, wenn einer deiner Charaktere in deinem Zug durch eine Herausforderung einen anderen Charakter verbannt, darfst du einem Charakter deiner Wahl einen Schaden zu fügen. Okay, das ist dann natürlich wieder hier diese Fähigkeit zu sagen, dass man dann Gegner wieder Schaden zufügen kann, selbst wenn man eigenen Charakter verliert, ist das noch ein Bonus, den man dann bekommt. Dann haben wir Tauzi in der Aktion für 5 Tinte. Dann haben wir eine Möglichkeit von 2, können wir ja auswählen. Und zum einen füge jedem gegnerischen Charakter ohne Wendig einen Schaden zu. Oder füge jedem gegnerischen Charakter mit Wendig 3 Schaden zu. Wow, das ist dann die Karte, die natürlich perfekt passt zu Robin Hood, zu Scar. Damit kann man halt quasi zumindest allen oder zumindest einen großen Teil der gegnerischen Charaktere, und damit ist jeden gegnerischen Charakter gemeint, das heißt der Multiplayer auch wirklich allen Schaden zu fügen. Und damit funktionieren die anderen Karten natürlich auch super. Ja, sehr schön. Das klingt super. Da haben wir zweimal Shancy, Scars Komplizen, auch eine Hyäne wieder, 3 Tinte. Hyäne ist ja ja offensichtlich auch ein Ding in diesem Starterdeck. Eine 2-3er für 3 Tinte und einen Gendenpunkt. Hat Wendig, sehr schön, und leichte Beute. Solange dieser Charakter einen beschädigten Charakter herausfordert, erhält er plus 2 Checker, also auch hier wieder beschädigt. Also man ist ja sehr konsequent bisher, das gefällt mir sehr gut. Dann haben wir dreimal Little John, der kostet nur eine Tinte. Ist eine 0,4er. Und ein Legendenpunkt. Wenn man dann aber die Möglichkeit hat, einem anderen Charakter Stärke zu geben, wie wir es ja auch schon hatten in manchen Karten. Eine sehr schöne Illustration gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also wirklich. Also Disney-Lockana sieht schon echt gut aus. Ansonsten muss man schauen. Die muss man natürlich richtig einsetzen, muss man dann entsprechend die richtigen Effekte haben dafür. Dann haben wir ein bisschen schärfer. Et. Hysterischer Partygast, auch wieder eine Hyäne. Für 4 Tinte eine 2-4er. Mit 3 Legendenpunkten. Immerhin. Ungehobelter Gast, Beschädigtcharaktere können diesen Charakter nicht herausfordern. Wirklich. Also hier sind sie sehr konsequent. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Dass man hier wirklich quasi auf gegnerische Beschädigtcharaktere spielt. Da haben wir Robin Hood. Raffinierter Spion. Er hat Gestaltwande 3. Das heißt, man kann sie auf einen anderen Robin Hood, der günstiger ist, draußen spielen. 3 Fünfer und ein Legendenpunkt. Und schlauer Plan als Fähigkeit. Dieser Charakter hält bloß einen Legendenpunkt für jeden beschädigten Charakter aller gegnerischen Mitspieler im Spiel. Wow. Also der Robin Hood zusammen mit Tauzin. Wenn man erst quasi jeden gegnerischen Charakter ohne Wendig einen Schaden nimmt. Nehmen wir an, die gegnerischen Charaktere. Wir spielen ein Multiplayer-Spiel. Wir spielen zu viert. Die Gegner haben insgesamt, keine Ahnung, sieben Charaktere draußen, die keinen Wendig haben. Dann mache ich denen allen Schaden. Und dann haben wir 8 Legendenpunkte sammelt an Robin Hood. Okay. Das ist hart. Vielleicht ist ja so noch jemand beschädigt. Aber das ist ja... Wow. Das ist schon... Das ist schon krass. Gefällt mir. Man hat hier auch einen Ort drin. Und zwar der tropische Regenwald. Und zwar das Jaguar-Lager. Beschädigte gegnerische Charaktere erhalten impulsiv. Sie können nicht erkunden und müssen herausfordern, wenn möglich. Ja, ob ich das jetzt will, dann sterben die ja im Zweifel. Ist halt die Frage. Eigentlich möchte ich hier ja gar nicht sterben lassen, die gegnerischen Charaktere. Sondern möchte die eigentlich beschädigt lassen, um die anderen, wie jetzt hier Robin Hood, nutzen zu können. Ja, okay. Dann haben wir zweimal den Arthur. Er ist Feuer und Flamme. Hat gute Anlagen. Und der Knabe, wenn er etwas macht, ist er mit Leib und Seele bei der Sache. Also hier ein Fluff-Text drauf. Zwei Legendenpunkte. Zwei Zweier. Also ganz klassisch wieder. Dann haben wir Schlafmütz. Ritter der Müdigkeit. Sehr gut. Das wäre für mich heute ideal. Zwei Tinte. Eine 0,4er mit einem Legendenpunkt und Beschützen. Du darfst gegen Charakter erschöpft ausspielen. Gegner Charaktere müssen beim Herausforderung deiner Charaktere zuerst deine Charaktere mit Beschützen wählen, wenn möglich. Das heißt, man kann ja nur Gegner angreifen, die erschöpft sind. Deswegen kann man diesen, wenn man möchte, gleich mit erschöpft ausspielen. Und immer wenn Schlafmütz erschöpft ist, muss der Gegner erst diesen auswählen, wenn er herausfordern will. Dann haben wir Simba. Sohn von Mufasa. Sechs Tinte. Drei Fünfer. Mit Gestalte einer Vier. Einem Legendenpunkt. Und Forge Erregnis Gebrüll. Wenn du diesen Charakter ausspielst, darfst du einen Gegenstand oder Ort deiner Wahlverband. Nice. Dann haben wir Kater Carlo. Sehr schöne Karte. Drei Tinte. Drei Dreier. Mit einem Legendenpunkt. Und Abpfiff. Wenn du diesen Charakter ausspielst, können Gegner schon mitspielen. Bis zu Beginn eines nächsten Zuges keine Aktionen ausspielen. Und dann kann man den Gegner auch ein bisschen... Es gibt ja so auch Fähigkeiten, oder Karten, die die Fähigkeit haben, dass man sie nur herausfordern darf, aber nicht zum Beispiel durch eine Aktion beschädigen. Würde in dem Fall ja keinen Sinn machen, aber wenn es andersrum wäre. Wenn sie nur durch eine Aktion beschädigt werden könnte, könnte man die Aktion damit noch rausnehmen. Ah, okay. Essensschlacht. Deine Charaktere halten in diesem Zug erschöpfen und eine Stärke. Füge einem Charakter einer Wahl einen Schaden zu. Okay, also wenn man wirklich viele kleinere Charaktere draußen hat. Und dann spielt man die Aktion Essensschlacht. Was natürlich auch irgendwie passt für eine Tinte. Und hat dann noch genug Tinte übrig, dann kann man die eigene Charaktere auch wieder erschöpfen und Schaden zu fügen. Was wiederum dann gar hilft und so weiter. Also wirklich, das gefällt mir hier. Dann haben wir Sasu zweimal. Mufasers Berater. Tinte, drei Fünfer Kreaturen mit zwei Legendenpunkten und Wendig. Dann haben wir Ed. Eine weitere Hyäne. Drei Tinte, zwei Dreier. Mit einem Legendenpunkt und Panik auslösen als Fähigkeit. Wenn du diesen Charakter ausspielst, darfst du einen beschädigten Charakter deiner Wahl zwei Schaden zufügen. So kann man dann eben auch noch welche rausnehmen. Dann haben wir dreimal einen weiteren Robin Hood. Diesmal Teilnehmer im Wettbewerb im Bogenschießen. Zwei Tinte, zwei Zweier mit einem Legendenpunkt und Fähigkeit Trickschuss. Wenn du diesen Charakter ausspielst und mindestens eine gegnerische Person einen beschädigten Charakter im Spiel hat, sammelst du eine Legende auch hier wieder. Also bezieht sich wieder auf beschädigte Charaktere. Sehr schön. Dann haben wir dreimal Banzai. Eine weitere Hyäne. Also auch Hyäendeck. Incoming. Zwei Tinte, zwei Zweier, ein Legendenpunkt und Mietz, Mietz, Mietz als Fähigkeit. Wenn du diesen Charakter ausspielst, darfst du einen beschädigten Charakter deiner Wahl erschöpfen. Auch beschädigte... also... herrlich. Ulf haben wir dreimal. Der Pantomime. Sieht ein bisschen creepy aus. Für vier Tinte, vier Dreier mit zwei Legendenpunkten. Stumme Darstellung. Dieser Charakter kann nicht erschöpft werden, um Lieder zu singen. Also hat hier eine Einschränkung. Dafür halt für vier Tinte recht stark mit zwei Legendenpunkten. Wut der Könige der Nacht. Eine Aktion für drei Tinte. Mit auch einer schönen Illustration. Ziehe eine Karte. Ein Charakter deiner Wahl erhält in seinem nächsten Zug impulsiv. Also dieser Charakter kann nicht erkunden, sondern muss herausfordern, wenn möglich. Aber ja, Card Draw. Und dann impulsiv. Wenn man vielleicht einen Charakter, den der Gegner schützen will und nicht irgendwie mit dem Lieder herausfordern würde, kann man dazu zwingen, dass er herausfordert. Dann haben wir dreimal eine weitere Aktion Hypnotischer Zusammenhang für zwei Tinte. Ziehe drei Karten, wähle danach zwei Karten aus deiner Hand und lege sie in beliebiger Reihenfolge auf dein Deck. Das heißt, wir können ein bisschen durch das Deck ein wenig gehen und können eine Karte behalten. Zwei davon müssen wir wieder oben aufs Deck legen. Dann haben wir Simba für drei Tinte. Der verschollene Prinz für zwei Angriff, vier Verteidigungen. Und einen Legendenpunkt, hier auch in Stahl, mit der Fähigkeit der Vergangenheit stellen. Jedes Mal, wenn dieser Charakter in deinem Zug durch eine Herausforderung einen anderen Charakter verbannt, darfst du eine Karte ziehen. Das heißt natürlich bei einer zwei Vierer Kreatur so eine Sache, wie oft er einen gegnerischen Charakter verbannt. Mal schauen. Auch wieder eine schöne Illustration von Rudy, Unterbrecher des Grooves. Okay, für eine Tinte eine zwei Zweier mit einem Legendenpunkt. Sehr schön. Dann haben wir dreimal eine Charakter, nämlich die Königsgarde. Eine schöne Illustration. Vier Tinte, eine Eins Siemer mit einem Legendenpunkt. Okay. Also hier wirklich Verteidigung pur. Mhm. Die Frage ist halt, wofür das gut ist. Ich weiß nicht, ob es Fähigkeiten in Disney-Locana gibt, mit denen man Stärke und Verteidigung umkehren kann. Dann wäre es eine 7-1er. Aber so klingt es erstmal okay. Aber gibt es hier auch Möglichkeiten das zu nutzen. Dann haben wir noch dreimal Kronk. Der nicht lizenzierte Ermittler für zwei Tinte. Eine 1-4er. Mit einem Legendenpunkt und der Fähigkeit herausfordern. Das heißt, plus 1 Stärke, wenn er selber herausfordert. Noch zweimal Hi-Hi. Der darf ja im Kein-Set fehlen. Eine 5-Tinte. Eine 4-5er Kreatur mit zwei Legendenpunkte und Beschützen. Okay. Nice. Und zu guter Letzt haben wir dreimal die Aktion. Ein Lead. Wann fängt mein Leben an? Für drei Tinte. Wähle einen Charakter. Er kann seinen nächsten Zug nicht herausfordern. Und ziehe eine Karte. Das heißt, mit Wann fängt mein Leben an? Kann man eben auch verhindern, dass der Gegner dann eigene erschöpfte Charaktere angreifen. Sehr schön. Also das Deck gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Also das ist... Weiß ich nicht. Ist jetzt natürlich schwer zu sagen. Auch vielleicht bisher fast mein Favorite Starterdeck in Lorkana insgesamt. Weil es halt sehr straight hier auf diese beschädigten gegnerischen Charaktere geht. Bietet Karten, die gegnerische Charaktere beschädigt. Da bräuchte man vielleicht noch ein bisschen mehr. Wir haben jetzt eine Karte mit so einem Masseneffekt drin. Das war Tauziehen. Die haben wir einmal drin. Die braucht man natürlich öfters. Und im Zweifel noch weitere Karten. Aber die gab es glaube auch im letzten Set schon. Mit denen man wirklich mehrere Charaktere, gegnerische Charaktere, Schaden zufügen kann. Da reicht ja eins. Es geht ja nur darum, dass die gegnerische Charaktere auf jeden Fall Schaden haben. Und dann gibt es hier wirklich eine Menge Karten drin, die eben davon profitieren. Mit denen man halt zusätzliche Legendenpunkte zieht oder andere Sachen macht. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Kann man natürlich noch verbessern. Klar, keine Frage. Habe ich ja gerade erwähnt. Also mehr nach Karten rein, die gegnerischen Charaktere in Schaden zu fügen. Aber an sich schon ein sehr, sehr schönes Starterdeck. Mit einer sehr klaren Mechanik. Die auf Einzahl sehr, sehr viele Karten zahlen auf diesen Effekt mit den beschädigten gegnerischen Charakteren ein. Finde ich sehr schön. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, würde ich hier als mein Favorit auch in diesem fünften Set Himmelsleuchten auf jeden Fall nennen. Und habe ich schon Bock drauf, dieses Set noch weiter zu verbessern, dieses Starterdeck noch weiter zu verbessern. Ja, mich würde natürlich sehr interessieren, was ihr davon haltet. Da lasst gerne einen Kommentar, was ihr generell von den Starterdecks haltet. Was ihr von dem im Speziellen haltet. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und wenn ihr mal auf abenteuer-brettspiel.de vorbeischaut, meiner Website. Dort gibt es eine Menge mehr Infos rund um Disney-Locana natürlich. Das war's für heute. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann.